Technische Berufe sind nur was für Jungs? Falsch gedacht, auch Mädchen können sich in einer eigentlichen Männerdomäne hervorragend durchsetzen und darin mindestens genauso erfolgreich sein. So wie zum Beispiel die Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik. Dass diese Ausbildung auch als Frau funktioniert, beweist Sabine Stöckel. Die 22-Jährige ist gerade im dritten Lehrjahr. Für sie war diese Ausbildung genau die richtige Wahl. Das Schöne ist eigentlich, man ist nicht wie in Bürojobs oder in anderen Jobs, da ist man nur an einem Ort. Also man sitzt den ganzen Tag an seinem Schreibtisch, vor dem Computer und das hat mir eigentlich überhaupt nicht so gefallen und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist das richtig Schöne an dem. Man ist immer unterwegs, man sieht viele verschiedene Orte, ist vielleicht einmal ein Vierteljahr auf einer Baustelle, aber selbst dann ändert sich das wieder und man lernt dann auch die Leute auf der Baustelle kennen, trifft es irgendwo anders wieder. Es ist einfach was ganz anderes. Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik beschäftigen sich täglich, wie es der Name schon verrät, mit unseren Versorgungssystemen. Lehrlinge können schon bald Wasserleitungen selbst verlegen oder Sanitäranlagen wie Duschen und Badewannen installieren. Zugangsvoraussetzung ist ein Hauptschulabschluss. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Es ist ein duales System, das bedeutet also erst eine bestimmte Zeit im Betrieb und auch eine bestimmte Zeit dann in der Berufsschule. So nach circa eineinhalb Jahren, also im zweiten Jahr, findet die Zwischenprüfung statt. Also, dass man im Endeffekt sieht, wo er vom Standpunkt her ist, vom Lernen und vom Wissen her. Und wie gesagt, wenn man jetzt von der Qualifikation her schon die mittlerne Reife hat, dann kann man um sechs Monate verkürzen, mit Abitur bis zu zwölf Monaten. In der Schule lernen die Azubis die technischen und organisatorischen Abläufe ganz genau kennen. So können die Lehrlinge schon in kürzester Zeit auch eigene Kundenaufträge entgegennehmen. Bei uns gibt es fachliche Fächer und dann gibt es allgemeinbildende Fächer. Die fachlichen Fächer sind Wärmetechnik, Wassertechnik, Instandhaltung und Planung und Beratung. Und die allgemeinbildenden Fächer sind wie bei anderen Berufen auch Deutsch, Sozialkunde, Religion und Sport, wobei Sozialkunde auch ein Prüfungsfach ist. Mitbringen sollten die Azubis handwerkliches Geschick und vor allem technisches Verständnis. Man verbaut sich in dieser Sache nichts. Also wie gesagt, das ist immer mein Credo, was ja zum Beispiel auch immer die Eltern sagen will, weil es wird immer so propagiert, die Kinder sollen im Endeffekt studieren. Aber was hilft mir das, wenn man zum Beispiel jetzt das Abitur oder das Gymnasium abbricht, dann schlechte Mittel eine Reife macht. Das ist kein Grundstock jetzt im Endeffekt dann für den spätere beruflichen Werdegang, also für das Handwerk. Anlagenmechaniker sind also gefragte Leute. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt stehen für die ausgelernten Azubis gut. Fachkräfte mit diesem Beruf sind von den Betrieben sehr gesucht und auf dem Arbeitsmarkt aktuell nicht in ausreichender Anzahl vorhanden. Es bieten sich in diesem technikorientierten Beruf gute Verdienst- und Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zur Selbstständigkeit oder auch zur Betriebsübernahme. Sabine hat schon eigene Zukunftspläne. Jetzt werde ich erst einmal noch weiter lernen in dem Beruf, besser gesagt weiter arbeiten, weil man lernt nie aus. In der Ausbildung lernt man einfach nicht alles. Und dann möchte ich auf jeden Fall weitermachen, zum Beispiel als Techniker oder Master. Und was dann auch noch die Zukunft bringt, das werden wir sehen. Also entweder mal wirklich selbstständig werden oder weiterarbeiten, dann mal sehen. Sabine will also noch hoch hinaus. Doch dabei behält die 22-Jährige stets den Durchblick. Zumindest wenn es um Versorgungssysteme geht.